If Clause Type 1 Erfüllbare Bedingungen Wieder einmal hält der fiese Sheriff Robin Hoods Freunde im Turm von Nottingham gefangen. Doch der König der Diebe hat bereits den perfekten Rettungsplan. First, we get in through the front gate. Then, we walk straight to the tower. Once we are there, we open the door. Ta-da! Mission accomplished! Obwohl Robin seinen Plan für unschlagbar hält, sieht sein Freund Little John das ganz anders. If we get in through the front gate, the guards will catch us. Das ist ein sogenannter Bedingungssatz. Conditional Clause Du brauchst ihn, um eine Folge zu beschreiben. Die Wachen werden uns gefangen nehmen, die an eine Bedingung geknüpft ist, wenn wir durch das Eingangstor hineinkommen. Man spricht hier vom If Clause Type 1. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017